So, liebe Leute, jetzt auch in der Aufnahme sozusagen sind wir hier gemeinsam in Strategic Command World War I. Ich hab dich noch nie verstanden, Schreibpanor. Das ist mir klar, dass das kam, dass das kommen musste. Okay, ja, Erster Weltkrieg, liebe Leute. Wir werden uns daran probieren an diesem Krieg, der alle Kriege beenden sollte. Und irgendwie kaum ein Ende gefunden hat am Ende. Das hat sich ziemlich krass im Kreis gedreht gerade. Naja, Fighter Wings, ich würd's jetzt nicht so flapsig formulieren oder in der extremen Form. Also, es ist sicherlich so, dass die Politik oder die Regierungen sicherlich einen Fehler gemacht haben. Ähm, wir reden gerade über Breitbanden aus, Bandbreitenausbau. Ich vertu mich immer mit diesem Wort. Ähm, ich droppe nämlich hier laufend Frames und, äh, momentan ist einfach das Problem, Bandbreite ist nicht genügend für alle da. Ja, und es gibt, äh, Streamer wie mich, es gibt, äh, Netflix-Streaming, es gibt YouTube, es gibt Twitch. Und die Bandbreite reicht hinten und vorne nicht mehr aus für die Leitungen. Ähm, haben wir festgestellt. Und, äh, ja, dementsprechend, ja, die Politik hat lange Zeit geschlafen und stellt jetzt auf einmal fest, dass es ganz schnell gehen soll und kommt natürlich nicht hinterher. Ähm, ja, mal gucken. Hat das zum Beispiel gerade irgendwie Probleme gegeben beim Stream? Also, da war gerade ein richtig harter Frame-Drop drin. Darf eigentlich nicht sein. Wow. Also, ich laufe hier mit unter 1000 Kilowatt pro Sekunde rum. GG. Nun gut, wir spielen die Kampagne, wir legen mal los. Wir haben diese Grundkampagne hier, Call to Arms. Dann haben wir hier Triple Alliance. Ähm. Und wir haben, äh, 1917, Fate of Nations. Ja, der Stream riss kurz ab, ja. Das war gerade ein richtig harter Frame-Drop. Das waren irgendwie 500 Frames oder so, das hat man dann auch gemerkt, ne? Wie gesagt, das tut mir leid. Ich hab die Band, oder die, die Bandbreite bei mir schon runtergesetzt auf 3500 Kilobyte pro Sekunde und es reicht trotzdem nicht. Diese Schwankungen bleiben drin. Ja. So, jetzt aber endgültig Konzentration aufs Spiel hier. Ähm. Ja, wir haben hier auch einen Urheber und eine KI und ich finde, die haben einen ziemlich guten Job gemacht, die beiden. Ähm. Wir gehen mal rein, die Kampagne zu spielen. Ähm. Wir können natürlich auswählen, ob wir Entente oder Mittelmächte entsprechend wählen. Und dann wird die Gegenseite von der KI gesteuert. Es ist im Übrigen auch so, dass ich einstellen kann in diesem Fenster, ähm, mit welchen dieser Mächte ich jeweils spielen will. Also, gerade bei der Entente, ob ich jetzt alle Länder kontrollieren will oder sage, schwupps, wird während des Zuges von der KI gesteuert. Also, hier die USA sind ein KI-Land, ja. Oder was weiß ich, Russland und Serbien könnte ich von der KI steuern lassen, ne. Genauso bei Mittelmächten. Kein Bock auf Österreich-Ungarn, da kann ich das rausnehmen. Oder die Osmanen, wobei, ja. Also, ich werde die alle steuern und ich werde auch die Mittelmächte nehmen. Äh. Ja. Ja, es ist auch nicht nur, ja, man muss, man muss da ein bisschen abwägen, da gebe ich dir schon recht. Ähm. Naja. Es sind alle Seiten am Ende wieder gefordert, ne. Das Übliche. Aber ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, Pando, ich habe inzwischen das Gefühl, wenn ich mit Leuten so ins Gespräch komme, die nicht so sehr, die nicht ganz so stark in dem Digitalisierungsthema drin sind, dann habe ich immer das Gefühl, da herrscht diese Haltung bitte weiter wie bisher vor. Und die sehen gewisse Probleme, die wir zum Beispiel sehen, überhaupt nicht. Also, für die ist Netflix mit 4K ein Buch mit sieben Siegeln oder überhaupt das Internet mit all seinen neuen Möglichkeiten, Streaming, Gaming, alles Mögliche, was irgendwie YouTube-Videos sich anschauen, um irgendwie sich in irgendwas reinzubilden, fortzubilden oder so, ist für viele ein Buch mit sieben Siegeln. Und ich sehe da ehrlich gesagt momentan keinen Weg raus, weil selbst wenn man reale Politik machen wollen würde in dem Bereich, man an diesen Wänden nicht vorbeikommt, an diesen Betonwänden, die da aufgebaut sind. Und, tja, wenn man dann, weiß ich nicht, gestern gerade gehabt, eine Diskussion um, also im Prinzip, ja, Diskussion in der Vereinsgruppe, da ging es dann auf einmal auch um Politik, was ja recht selten eigentlich der Fall ist in so einem Vereinsbereich. Und wir kamen natürlich auch auf das Thema Waffenexporte und Bundesregierung und Saudi-Arabien und so. Und dann habe ich nur die Anmerkung gemacht, ja, so nach dem Motto, Saudi-Arabien wartet doch nur darauf, wieder irgendeinen Deal mit irgendwem abschließen zu können für das nächste Waffensystem. Und dann kam natürlich sofort die Widerrede, ja, aber wenn wir es denen nicht verkaufen, dann macht es halt jemand anders. Also quasi Pragmatismus über Moral, was man ja auch verstehen kann. Nur wenn es dann irgendwie heißt, das wäre eine weltfremde Haltung, denke ich mir auch so, na gut, was sollen wir da noch diskutieren? Also dann habe ich darauf auch nichts mehr zu sagen gehabt irgendwo. Das finde ich immer schade, wenn auch selbst Leute in meinem Alter oder jüngere Leute selbst schon mit dieser saturierten Meinung umherlaufen, und ja, aber Pragmatismus und am Ende ändern wir eh nichts und blups. Ja gut, dann können wir natürlich auch gleich die Tassen liegen lassen. Naja. Infos auf den Zettel schreiben, Verbraucherschutz. Ah, super. Ja, ich sage ja, für weite Teile der Bevölkerung ist Digitalisierung nach wie vor ein Buch mit sieben Siegeln, glaub es mir. Da kann man im Alltag überall hingucken und es ist teilweise dann wirklich extrem frustrierend. Na gut. Ja, wir befinden uns jetzt in einem ganz topmodernen digitalen Spiel, das eine Zeit widerspiegeln möchte, die nun über 100 Jahre her ist. Und wir gehen mal ins Spiel rein, auf normalem Schwierigkeitsgrad. Ja, und mit dieser Blue Max Mod hat man halt hier schön gestaltete Counter für die Einheiten. Die sehen im normalen Spiel nicht ganz so hübsch aus. Und ich sollte übrigens nochmal sagen, ähm, dieses, diese Kopie vom Spiel wurde mir von Slytherin kostenfrei zur Verfügung gestellt, falls ihr euch das fragt. Also ich habe mir das nicht selbst gekauft. Besitze das auch schon seit, also bevor das Spiel offiziell, glaube am 8. Dezember rausgekommen ist. Ähm, schon eine Woche vorher, hab ein bisschen reingespielt hier und da. 3D-Einheiten, ach so, das verändert dann die Counter, das wollen wir nicht. Ja, ansonsten, was können wir noch gucken? Scroll weiter, Produktion über Limit. Ja, da könnte man diskutieren, ob das ein Ding sein sollte. Das erkläre ich euch später auch, wie das genau funktioniert. Wir gehen erstmal hinein. So. Ja, natürlich, Pandoron, klar. Jetzt innerhalb von einem Stream zum Beispiel ist auch wieder eine kleine Unterblase, ne. Aber das heißt ja nicht, dass Leute nicht ihren Horizont erweitern können, ne. Nur in der, ich sag mal, im Alltag meistens stellt man dann doch irgendwie fest, die meisten haben dabei, dafür überhaupt keinen Sinn. Also wirklich gar nicht. Das ist manchmal schon ein bisschen frustrierend, weil ich, ich weiß nicht, ich wollte auch jetzt mal im Dezember so Richtung Weihnachten und Ende des Jahres mal ein Video zu meinem Kanal aufnehmen. Wie der sich so entwickelt und wieso ich eigentlich sehr dankbar bin, das hier machen zu dürfen, obwohl ich das ja wirklich nicht aus finanziellen Gründen betreibe, sondern als reines Hobby. Aber weil ich glaube, dass wir inzwischen in einer Zeit leben, wo die Möglichkeiten wirklich groß sind, sich im Rahmen dieser digitalen Welt zu beteiligen, kreativ auszudrücken und so weiter. Und dass ich da einerseits extrem dankbar bin und andererseits glaube, dass wir als Gesellschaft vor einer der größten Herausforderungen in der Geschichte stehen, nämlich mit dieser neuen Form von digitalem Leben, Ausdrucksweise, Kommunikation, allem, was dazugehört, uns damit zu arrangieren. Und das fällt natürlich einigen Leuten leichter und anderen Leuten schwerer und das droht so ein bisschen, die Gesellschaft auch an sich selbst so ein bisschen zerschellen zu lassen. Das wird jetzt sehr philosophisch, ich weiß, aber es wirkt manchmal wie, ja, wie so ein, wie so ein neuer Kulturkampf irgendwie so, ne? Also dieses so Digitalisierung, juhu, oder weiter wie bisher oder kann das irgendwie beides Hand in Hand gehen? Das ist momentan, finde ich, eine ganz spannende Zeit. Naja, so, wir müssen unsere Armeen für den Sieg aufstellen. Der Großteil unserer Armee ist mittlerweile mobilisiert, jedoch müssen einige Einheiten noch aufgestellt werden. So, wir werden übrigens Aufstellungen auch automatisch nehmen, also so wie historisch in etwa, dass wir hier nach Belgien einmarschieren im Westen mit dem Deutschen Kaiserreich. So, genau, wir sehen hier, wir haben den Befehlshaber von Bülow, eine Artillerie und ein Kavalleriechor, die stellen wir alle mal automatisch auf. So, da sehen wir schon, da wird alles aufgesetzt und die Musik hat uns verlassen. Das ist sehr eigenartig. So, Österreich-Ungarn. Unsere wichtigsten Ziele mit einem erfolgreichen Vorstoß nach Serbien sowie der Rückeroberung von Belgrad und Nisch können wir dafür sorgen, dass Bulgarien auf unserer Seite in den Krieg eintritt. Aber wir müssen auch unsere Ostgrenze sichern, denn die russischen Vorstöße könnten in Rumänien dazu bringen, gegen uns in den Krieg zu ziehen. Da Rumänien auch eine wichtige Nahrungsmittelquelle für uns ist, könnte ein Krieg gegen das Land für Hunger und Moraleinbußen in der Heimat sorgen. Aus diesem Grund müssen wir in Serbien einmarschieren und gleichzeitig unsere Ostgrenze so gut wie möglich sichern. Ja, mal sehen, wie uns das hier in diesem Durchlauf gelingen wird. Da habe ich jetzt ganz unterschiedliche Spielverläufe schon gesehen. Ah, schauen wir mal. So, verzögernder Konflikt mit dem Vereinigten Königreich. Eine Verletzung der Neutralität von Belgien, Dänemark oder den Niederlanden würde automatisch die Briten in den Krieg ziehen. Das werden wir aber machen. Man könnte auch versuchen, die noch so einen Monat rauszuhalten. Aber ja, das wäre alternativhistorisch, denke ich mal, auch eher für uns kommt das nicht in Frage. Die Bedeutung der Niederlande. Die Kriegswirtschaft des Deutschen Reiches ist auf Güterimporte aus den neutralen Niederlanden angewiesen. Von daher müssen wir dafür sorgen, dass die Niederländer uns wohlgesonnen bleiben und dabei, wenn nötig, auch Diplomatie einsetzen. So, denn nur aufgrund ihrer Neutralität können die Niederländer Güter importieren, auf die wir sonst verzichten müssten. Wenn die Niederlande, egal auf welcher Seite, in den Krieg eintreten oder in Richtung der Entente tendieren müssten, würden wir den Zugriff auf diese wichtigen Güter verlieren und es mit einer ernsten Lebensmittelknappheit für unser Volk zu tun bekommen, sagt uns Helmut von Molke. Okay, unser Generalstabschef. So, das wäre es erstmal. Ja, die Importe der Niederlande sind auch deswegen für uns noch so wichtig, weil wir sehr, sehr zügig sehen werden, dass Großbritannien hier oben diese beiden Blockaden, die hier mit diesen roten Symbolen, also hier Nordseeblockade, da können die ihre Schiffe hinstellen, dann wird blockiert. Und dann haben sie nochmal eine Fernblockade und wenn die beiden wirksam sind, dann werden wir richtig hart zu leiden haben. Dementsprechend sind diese Importe von Holland aus, von den Niederlanden aus extrem wichtig für uns. Also da müssen wir schon was machen. So, in der allerersten Runde haben wir hier keine sogenannten MPPs, überlege gerade MPPs, wie man die, wenn die hier irgendwo übersetzt, also im Englischen Military Production Points oder militärische Produktionspunkte, die quasi sich aus der Industriestärke so ein bisschen ableiten. Naja, so, ihr seht, äh, die Ostfront hier im Norden, also Ostpreußen ist hier natürlich in Gefahr, ähm, und diverse andere Orte natürlich auch. Ähm, müssen also als erstes mal schauen, dass wir unsere Verteidigung hier organisieren und so gut es eben möglich ist, hier, ja, in die Verteidigungsstellungen gehen. Das wird also alles noch, äh, sehr, sehr interessant werden. So, okay, das war also die Ostfront hier mit Österreich-Ungarn und hier unten haben wir natürlich die paar Einheiten stehen an der Grenze zu Serbien und Belgrad. Ja, das wird auch unser erstes Ziel sein hier, also wenn wir Belgrad gut beackern, sag ich mal, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir das in der nächsten Runde spätestens erobern können. Das haben meine, ich sag mal, Feldstudien gezeigt. So, ja, Sarajevo und hier haben wir Dubrovnik, da werden wir die Core-Einheit raus, ähm, ziehen, sobald wir eine Abteilung hier hinschicken können. Äh, die Abteilungen sind quasi kleinere Militäreinheiten und die Cores etwas größer, deswegen haben die auch diese drei X hier im Symbol oben drüber. Ähm, und der Vorteil ist, diese Einheit kann Dubrovnik gut verteidigen und dann haben wir diese Einheit für den Offensivkrieg quasi nachher frei. Genau, wir sehen auch hier, die österreich-ungarische Adria-Flotte ist hier teilweise nur halbstärke-mäßig unterwegs. Auch die U-Boote hier zum Beispiel, also da müssen wir uns erstmal mit den Ressourcen auch irgendwie arrangieren hier. Ähm, dann, wer das noch nicht kennt, dieses ganze Spielkonzept mit Sieg und Niederlage, ähm, also wie man gewinnt und verliert, hängt an den, ähm, Punkten der nationalen Moral. Und die nationale Moral beginnt bei 100% in jedem Fall und sinkt durch den Verlust von, ähm, Ortschaften und wichtigen Kriegszielen ab. Sinkt auch dann ab, wenn man Einheiten zerstört bekommt, also der Gegner Einheiten wie Infanterie oder Kavalerie vernichtet oder man bestimmte Schiffstypen verliert. Das ist besonders schmerzhaft, kostet besonders viele Moralpunkte und der Gegner baut auch eigene Punkte teilweise wieder auf, wenn er gegnerische Einheiten zerstört. Das heißt also, eine hohe eigene Moral und eine niedrige feindliche sind eigentlich unser größtes Ziel. Ähm, dementsprechend werden wir natürlich versuchen, zum Beispiel hier Serbien zur Aufgabe zu zwingen, indem wir diese ganzen Ziele hier, Nisch, Pristina, Belgrad und dann am Ende auch Üsküb, äh, hier ganz im Süden einnehmen. Das sollte die auf jeden Fall aus dem Krieg komplett rauswerfen. Ähm, ist eigentlich der Chat noch an? Es ist auf einmal völlig still geworden. Ich probiere mal. Test. Ich habe immer Sorge, dass der Chat abbricht, wenn da lange Zeit nichts geschrieben wird. Nicht, dass das nachher irgendwie buggy ist. Ah doch, es funktioniert. Okay. Okay. Habe ich gesehen. Läuft. Alles klar. So. Dann hört ihr nur andächtig zu. Das ist gut. Man weiß ja nie. Ja, wo fangen wir an? Also erstmal ist das hier eine Menge, Menge Arbeit am Anfang. Ähm, und ich glaube, die ganzen Spielsysteme, die erkläre ich dann irgendwie währenddessen on the fly. Ich glaube, das ist am besten. Weil sonst hört mir irgendwann gar keiner mehr zu. Ähm, also was ist meine Strategie? Meine Strategie ist natürlich, ähm, zunächst einmal hier Belgien, in Belgien einzumarschieren. Hoffentlich weit voranzuschreiten, bevor die Briten hier unterstützen können bei ihrer Verteidigung. Und damit natürlich auch die französischen Einheiten hier in eine, ähm, ja, in eine Zwangslage zu bringen und sie hier wirklich, ähm, zurückzudrängen auf ganzer Front. Vielleicht schaffen wir es irgendwann sogar hier Verdun einzukesseln und zu erobern. Ähm, das wäre sehr cool, weil das eine sehr, sehr wichtige Festung für Frankreich natürlich ist. Auch historisch, das kennt man ja. Ähm, ja, vielleicht können wir sogar nach Nordfrankreich einrücken. Soweit war ich zumindest in meinen Spielständen sogar schon mal gekommen. Ähm, so, dass wir hier bis kurz vor Thule standen. Chalon, Rhin, dass dieser Bereich so ungefähr in unserer Hand war. Teilweise hier sogar Belfort im Süden hatte ich sogar erobern können. Also, in meinem ersten Durchlauf lief es unglaublich gut. Ähm, so lange, bis der Gegner bessere Infanterietypen freigeschaltet hatte über die Forschung hier. Das sind also Infanteriewaffen. Und dann auch gleichzeitig, äh, ziemlich schnell in bessere Artilleriewaffen investiert hatte. Und dann sah es auf einmal nicht mehr ganz so gut aus. Wurde es anstrengend und schwierig. Ähm, naja. Die vordere Festung müssen innerhalb eines Tages erobert werden, die in drei Tagen Brüssel. Ja, die vordere Festung, das ist dann ja hier entsprechend, äh, Lüttich. Naja, Antwerpen. Mal gucken, ob wir das so schnell hinkriegen. Ich habe meistens Brüssel vor Antwerpen erobern können. In meinen Durchläufen bisher. Und dazu hilft uns übrigens auch hier diese Artillerie. Die ist ganz wichtig dafür. Ähm, ja. Ja, also das werden wir hier im Westen tun. Im Westen werden wir auf jeden Fall versuchen, historisch fortzurücken. Dann im Osten werden wir relativ defensiv bleiben. Die Frage ist, ob es sich überhaupt lohnt, Memel, Tilsit und Gumbinnen hier im Osten schützen zu wollen. Also in meinem ersten Durchlauf, ähm, habe ich die hier fallen gelassen sofort. Und habe mich hier hinter den Flüssen aufgestellt und auch hinter diesem Fluss hinter Gumbinnen. Ähm, und dann hier natürlich auch die Masurische Seenplatte und Johannesburg verteidigt. Und dann hier bei Tannenberg, ähm, einen weiteren Zugang nach Ostpreußen abgeblockt, ne. Da haben wir hier schon dieses 20. Chor. Ähm, bei Tannenberg, da stehen, hier ist ja eine Straße. Und über Straßen können die Einheiten natürlich sehr weit, ihr seht es hier, ähm, sich bewegen mit den vier Aktionspunkten, die sie haben. Äh, dementsprechend muss man strategisch schon mal bedenken, dass es wichtig ist, die Einfallsrouten in eine Provinz erstmal abzuriegeln. Das heißt also, wenn ich hier anfange, mich hier hin zu begeben oder hier hin, dann kann ich höchstens eine der beiden Straßen dicht machen. Das macht mehr Sinn, die Straße hier direkt zu verteidigen. Ähm, genau wie hier, dass wir hier in Torn jemanden stehen haben, der hier den Weg in Richtung Bromberg versperrt. Posen versperrt die Straße hier, äh, durch die Abteilung. Hier haben wir eine Einheit, die könnte man noch irgendwo reinziehen. Breslau wird verteidigt, da könnte man auch mit nach Oppeln ziehen zum Beispiel. Beispiel mit der Infanterieeinheit dann irgendwie hier rein, dass man erstmal diese, diese schnellen Angriffswege für die russischen Streitkräfte unterbindet. Das ist erstmal strategisch ganz wichtig. Und dass man sich natürlich auch dann irgendwo eingräbt und erstmal diesen, diesen Angriff auf sich ergehen lässt. Weil natürlich klar ist, Russland wird in kurzer Zeit viele Einheiten mobilisieren. Und dann geht es für uns eigentlich nur noch darum, durchzuhalten, bis wir hier verstärkt worden sind. Ähnliches gilt für Österreich-Ungarn hier rund um Priszeml und Lemberg und Stanislau. Ähm, die drei sind ganz wichtig zu verteidigen. Ich habe es tatsächlich bei meinem letzten Durchgang sogar geschafft, die Ölfelder hier, die Galizischen, zu verteidigen. Das war, glaube ich, auch ein bisschen glücklich, aber es geht. Ähm, ja, man muss halt schauen, wie man das macht. Also, das sind nicht alle Einheiten, die wir insgesamt nachher hier zur Verfügung haben. Es werden neue Einheiten hinzukommen. Und, ähm, wichtig wäre hier auf jeden Fall, Lemberg hat eine maximale Verschanzungsstufe von drei. Das heißt, hier können die Einheiten sich sogar gegen eine Umkreisung gut verteidigen. Während sie hier bei maximalen Verschanzungswerten von eins überall, ja, nicht so ideal sich verteidigen können gegen eine Übermacht. Hier im Süden haben wir noch ein Chor, das 22. Das könnte versuchen, hier Tschernowitz zu verteidigen. Diesen Südbereich hier müssen wir nicht abdecken, weil der gehört zu Rumänien. Und Rumänien ist erstmal nicht im Krieg. Das heißt, diesen Zugangsweg hier brauchen wir nicht blockieren. Aber diese Straße hier, dass wir die zumachen, das ist auf jeden Fall wichtig. Genau wie diese hier und genau wie dieser Zugangsweg nach Lemberg. Wobei man natürlich sagen kann, hier Lemberg selbst eigentlich ist schon ideal zu verteidigen. Und mit den Einheiten könnten wir auch nach Prügemmel vorrücken. Auch da haben wir eine maximale Verschanzung von drei. Das sind also zwei sehr gut zu verteidigende Ziele aus unserer Perspektive. So, dann haben wir Kavallerieeinheiten. Die sind, wenn wir mal gucken, auf Eigenschaften in der Verteidigung wirklich nicht so besonders dolle. Dafür aber im Angriff gut. Haben einen Angriff von vier. Ich gucke mal gerade im Vergleich zu den Kors. Genau. Wir sehen aber, die Verteidigungs- und Angriffswerte der Infanteriekors sind höher als die der Kavalleriekors. Also, das sind eigentlich klassische Einheiten. Die haben eine hohe Bewegungsreichweite. Sechs Aktionspunkte. Ihr seht es hier. Und die sind ideal dafür da, aus zweiter Reihe einer angeschlagenen Einheit zum Beispiel den Rest zu geben, um sie komplett vom Feld zu nehmen und entsprechend dann nationale Moralpunkte des Gegners zum Beispiel dann zu schwächen, indem man eine Einheit komplett auslöscht. Dafür sind eigentlich die Kavallerieeinheiten da. Dementsprechend, ja, müssen wir mal gucken, wie wir das aufbauen. Hier ist Budapest, eine Marschallabteilung, die man natürlich per Gewaltmarsch im Übrigen etwas weiter schicken kann. Das kostet natürlich extrem viel Moral, sorgt aber dafür, dass wir hier zum Beispiel direkt bis nach Krakau vorstoßen könnten, um hier die anderen Einheiten nach Osten bewegen zu können, ohne dass das hier gefährdet ist. Das könnte man hier zum Beispiel machen. Ja, dann wie gesagt, Serbien. Da versuchen wir natürlich, Belgrad so schnell wie möglich zu übermannen und einzunehmen und dann hier die weiteren Stadtziele bis nach Nisch, Pristina und Üsküb zu nehmen. Das wird aber nicht so leicht sein, wie es sich jetzt anhört. Von daher, ja, auch die Einheit könnten wir sogar schon direkt hier weit vorrücken lassen in das Gebirgsgebiet hier rund um Split. Da seht ihr zum Beispiel auch, Gebirge hat eine maximale Verschanzung von zwei. Das heißt also, Verteidigungswerte sind ja am Anfang extrem gut in gebirgigen Regionen. Also, falls dies Ding hier nicht zu halten ist, kann man zur Not auch noch hier ins Gebirge rein, hinterm Fluss, hat man die Möglichkeit, hier noch relativ gut zu verteidigen. Also, Serbien war für Österreich brutal, Österreich-Ungarn, ja, ziemlich. Und vor allen Dingen, nachdem man es dann teilweise erobert hatte, gab es ja dann auch Problematiken mit Partisanen und so, die übrigens auch hier im Spiel auftauchen können, interessanterweise. Habe ich auch schon gehabt. So, dann gehen wir mal weiter. Es geht immer weiter. Und zwar haben wir hier natürlich noch, ja, unsere noch nicht mobilisierten und noch nicht im Krieg befindlichen Leute im Osmanischen Reich. Und auch die müssen sich anstrengen. Denn diese Front hier, rund um den Berg Ararat hier im Kaukasus, die ist unglaublich schwer zu halten, obwohl wir hier überall Verteidigungsboni haben. Aber, ja, das ist hier ganz, ganz schweres Gebiet. Also, ich bin tatsächlich am Überlegen. Also, Erzurum hat Verschanzung 2. Das hier könnte man sehr gut verteidigen oder ziemlich gut. Eliskir zum Beispiel nicht, Wann aber ziemlich gut. Man könnte hier zum Beispiel Wann und die Zufahrtsstraße hier Richtung, was ist denn das eigentlich, Persien? Hoppala. Jetzt habe ich mich hier verklickt. Doch, Teheran, das ist Persien damals noch. Gut, die müssen wir nicht abblockieren. Aber, dass wir hier so eine kleine Verteidigungsstelle am Wannsee hinbekommen. Ähm, Fighter Wings, ich bin jetzt auch kein Experte für Ersten Weltkrieg, aber ich glaube, ja. Also, sie haben auf jeden Fall hier diese Kaukasusfront aufgemacht. Und ich glaube, da hatten die Osmanen derbe Probleme. Unter anderem auch wegen einer Sache, die wir nachher in Events auch sehen. Ähm, da bricht nämlich dort eine Typhus-Epidemie hier aus. Und sorgt dafür, dass die Osmanen extreme Probleme bekommen. Ähm, also, ähm, ja, natürlich, Russland hatte seine Grenze damals zum Osmanischen Reich hier an der Stelle. Und hat natürlich versucht, hier, ähm, vorzurücken. Und die Osmanen waren da auf einem ziemlich verzweifelten Posten. Und dieses Gebiet hier irgendwie rund um diese Gegend, das ist auch das Gebiet, wo dieser armenische Völkermord stattgefunden hat im Osmanischen Reich. Also auch historisch ganz, ganz schwieriges Terrain. Im übertragenen Sinne quasi, ne? Ja, Italien, das ist auch spannend. Italien wird irgendwann versuchen, im Jahr 1915 Ansprüche hier auf Trient insbesondere geltend zu machen. Und deswegen müssen wir uns überlegen, wie wir dann hier auch eine kleine Verteidigungsstellung errichten. Äh, damit sie hier entsprechend nicht, äh, durchrücken können mit ihren Einheiten. Das wird aber schwer werden, weil ich werde in der Zeit wahrscheinlich noch nicht Serbien besiegt haben. Das heißt, meine Truppen stehen hier unten, ähm, ganz schwer hier zu verteidigen. Aber wir werden uns natürlich entsprechend Mühe geben. Ja, das so ungefähr zu dem, was uns erwartet. Ach so, mit den Osmanen natürlich auch noch hier die Front Richtung Großbritannien, ne? Ägypten als Kolonie, äh, wird natürlich hier großbritannische Truppen Richtung Gaza schicken. Auch da müssen wir gucken, dass wir, ähm, dort Truppen stationieren an Orten, die hoffentlich gut zu verteidigen sind. Also da müssen wir dann wirklich mal schauen, was da die besten Optionen sind. Ähm, ja, Medina hier unten, da wird nachher die arabische Revolte noch irgendwie eine Rolle spielen. Und hier unten, Basra wird uns, glaube ich, direkt, wenn die Osmanen in den Krieg eintreten, weggenommen von indischen Truppen, die hier landen, äh, unterm Commonwealth. Und da müssen wir hier auch irgendwie eine Verteidigungsstellung aufbauen, hier neben den Sümpfen. Mal schauen, wie uns das am besten gelingen mag. Ja, aber das sind so die, die groben, äh, genau, Lawrence von Arabien, genau. Das sind quasi hier die aufständischen Truppen hier unten im Gebiet rund um Medina. Deswegen müssen wir hier unten auch Truppen stellen, damit wir das nachher, also das Problem ist, das Osmanische Reich beginnt relativ früh auseinanderzufallen. Und wir müssen versuchen, irgendwie dieses Gebilde zusammenzuhalten. Und das ist wirklich schwer. Auch in diesem Spiel merkt man, dass das eine ganz schön große Herausforderung werden wird. Aber deswegen ja nicht weniger spannend, während wir hier die ganzen anderen Fronten natürlich bespielen. Ja, dann haben wir natürlich hier noch, ähm, schon frühe U-Boote. Die werden wir natürlich auch gleich rausschicken in Richtung, äh, Atlantik. Und in Richtung zum Beispiel einer Konvoi-Linie, ähm, die können wir hier auch auf der Karte uns besser anzeigen lassen. Konvoi-Karte. Dieser ausgegraute Konvoi, das ist der Konvoi von der UK nach Russland. Ähm, das wird also gleich aktiv werden, direkt nach, äh, Spielstart. Und dann können wir auch dort mit unseren U-Booten quasi denen, ähm, Military Production Points klauen. Ähm, dann gibt es noch eine Route von Kanada nach Großbritannien, eine Route von, ähm, den USA nach Großbritannien. Da werden wir uns allerdings von fern halten, weil die USA sind ja noch neutral und wir wollen die nicht in die Richtung der Alliierten rücken lassen zu früh. Ähm, von daher, ja. Genau, und dann gibt es hier oben noch British Empire Supply Shipments. Die sind hier in der südlichsten Ebene. Da werden also aus, weiß ich nicht, dem mittel- und südamerikanischen Raum zum Beispiel Güter hingeschifft oder vielleicht auch die aus, wobei, Indien glaube ich nicht, oder? Ja, ja, Ägypten bringt auch was in die UK. Äh, was hatte ich da noch gesehen? Genau, dann irgendwann natürlich hier der East Mediterranean Trade, wenn Griechenland vielleicht irgendwann in den Krieg auch noch mit eintritt. Also, ja, da kann auch ganz viel passieren. Libyen haben wir hier noch so ein paar kleine, ähm, Routen. Dann haben wir hier eine Route, die wir jetzt schon aufmachen können. Und zwar können wir als Deutschland, Österreich, Ungarn, ähm, einen gewissen Teil unseres Einkommens, nämlich maximal 10 Prozent, ähm, jeden Zug zur Verfügung stellen. Züge sind, glaube ich, immer so circa zwei Wochen. Ähm, ne, da könnten wir dann sagen, die kriegen jede Runde 35 MPPs von uns, ähm, weil natürlich Österreich-Ungarn nicht dieselben Kapazitäten hat wie das Deutsche Reich. Und wir natürlich dann versuchen, das so ein bisschen, ähm, ja, zu verschieben, sagen wir es mal so, dass die ein bisschen besser ihre Einheiten aufstocken und bauen können und so weiter und so fort. Das können wir hier schon mal einstellen. Perfekt. Ja, hier gibt es natürlich noch, ähm, die, die Anzeige für, ich glaube, Mobilisierungsgrad. Wir sehen hier Deutschland, Österreich, Ungarn hat 100, ähm, Osmanen haben erst 20, das ist hier 20 Prozent, äh, Großbritannien ist bei 75 und so weiter und so fort. Da kann man dann schon einiges draus ablesen, wann die Länder tatsächlich in den Krieg eintreten werden. Das, äh, bedeutet nämlich hier diese Prozentzahl. Dann gibt es noch Diplomatie. Hier sieht man, ja, zu wie viel Prozent die schon in die Richtung tendieren. Das ist wieder dieser Prozentwert und in welche Richtung. Also das hier ist Entente, dieses, äh, diese Brokade. Ähm, dann haben wir noch dieses Balkenkreuz. Das ist natürlich Tendenzrichtung Mittelmächte. Bulgarien ist zum Beispiel schon bei 30 Prozent. Das könnte man durch MPP-Ausgaben hier noch, ähm, erhöhen, dass die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit von jeweils 5 Prozent pro, ich glaube, 50 MPPs, ähm, eine Erhöhung bekommen jede Runde. Eine Erfolgschance natürlich. Und das kann ich mit allen Ländern machen, die im Krieg den Mittelmächten beigetreten sind. Also auch Österreich-Ungang kann 50 ausgeben, wenn sie denn jetzt welche hätten. Und dann die Chance Runde für Runde erhöhen, damit Bulgarien früher in den Krieg eintritt. Denn Bulgarien ist hier. Und die könnten uns zum Beispiel gegen Serbien schon sehr früh helfen. Allerdings sind das natürlich dann Kosten, wenn wir die einmal ausgegeben haben, dann sind sie weg. Dann haben wir die Militär, äh, Militärpunkte nicht mehr. Das heißt, wir können uns davon keine neuen Einheiten mehr kaufen. Wir können das nicht mehr in die Forschung reinstecken. Also, Ressourcenknappheit, ähm, wird uns hier immer wieder begleiten. Ja, so, liebe Leute, bevor wir jetzt hier großartig Züge vollziehen, äh, würde ich sagen, das reicht auch jetzt erstmal für den ersten YouTube-Mitschnitt. Sind schon fast 35 Minuten. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen bei den Leuten, die jetzt den Stream verpassen und das auf dem Kanal nachher schauen. Ähm, ja, und, äh, würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao. Ciao.